auch nehmen ich muss wieder was allein gefeuerschutz wo steht er ist aber ein sniper ganz so fällig bekommen ist das eine geile sogar mit hermelbild das ding macht ja ein wirkliches ich sehe ich die kaum lasse mich in ruhe die mal greift ich hab ich doch schon so wir haben doch nicht er ist sie haben die wille erreicht alle einheiten verteidigen den hinteren Ich flankier's immer wieder. So. Anscheinend kann ich ja nix anderes. Aua. Ich hab gedacht, die Granade ist leicht woanders. Wie viele Granaden schmeißen die in die. Schöne Villa. Im Perimeter? Hier ist was los. Ja, genau. Wie schnell man nicht immer stört. Das ist doch unrealistisch. So, mal gucken, wo es das letzte Mal gespeichert hat. Hm. Ah, hier. Na, das geht ja. Gliesschen. Gliesschen. Der hier ist nicht gestorben, wer hätte ich den Pass gekriegt. Du bist ja doof gestorben. Ey, wartet auf mich, ich muss mir die Leiche angucken. Schießen die ja echt mit Raketenwerfern? Verrückten Schweine. Au. Oh. Oh, 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 oh. Das ist schief. Okay. Das macht nader. Ich weiß nicht, ob er was wie ich. Das hätte wehtun können. Ich bin jetzt innerhalb von weiß nicht so vielen Minuten 30.000 mal gestorben. Ich krieg mir Hass. Ja wieder von hier. Ich krieg mir diese Snipen. Stop! Stop! Hab ich gesagt! Oh die Kugeln. Jetzt hab ich eine Waffe fallen lässt. Was ist hier? Oh! Ne M60. Das Ding ist böse. Mal eben nachladen. Mal gucken ob die was kompakteres haben. Mal gucken. 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 eine Kack-Boss-Gegner bei Mass Effect. Ich spiele es ungefähr. Ich schieße mit Raketen. Hallo, warum kann ich denn jetzt nicht? Am besten wäre ich jetzt hier nochmal verreckt. Die mal treffen. Dankeschön. Also es war ja ja ich. Also an mich Dankeschön. Wie er immer runterfällt. Nee, ich nehme jetzt meinen Schrot für eine Wüste. So. Hier, frisst das. Dankeschön. Hat dir gut gemacht. Geh weg, Stuhl! Ja. Ja, geht doch noch rein. Mensch. Ja, genau. Warum hat er sich jetzt nicht hingelegt? Hä? Hä? Oh, das gibt es nicht. So langsam hasse ich diese Schrotten. Ja, ja. Boah, stell dich doch nicht mehr im Weg, man. Dann... So, jetzt sind wir mit dem. Dann hier vor. Dann warten, bis der da ankommt. Dann schieß ich das noch verbinden. Nicht die Usas. Ich will das Ding... Boah. Nicht nochmal die Waffe. Dankeschön. Dankeschön. Das war auch voll der Kopfschuss. Wenn er jetzt nicht tot ist, töt ich ihn nochmal. Das heißt nochmal. Da ist er dann nicht tot. Egal. Nachladen. Dankeschön. Ach, Mann, ey. Ja, nee. Es geht bestimmt nicht nochmal so vor. So, hinwegen. Den hocken und hocken. Den hocken ist ein Schäden. Hier ist niemand. Da kommt eine Granate. Der fällt um. Oh, ne, F2000. Oh, na, endlich. Brauchen wir so Sturmgewehr mit. Einigermaßen viel Munition. Ey, das sind solche verrückten Schweine. Haha. Ich könnte nicht mal Granaten auf. Das ist doch nicht schwer. Ja, bitte lasst mich die Granaten reinlaufen. Von wo denn noch? Da oben. Nein, wirklich. Eine Sauber ist was. Was ist denn? Bitte Speicher irgendwo hier. Ja, bitte. Ja, heißt Speicher. Ja. Was ist denn das für ein schönes Brot? Waffen. Äh. Wartet mal auf mich. Wartet mal auf mich. Ich will das Ding haben. Ja. Rest passt. Oh, neue Umgebung. Ja, dann stellt sich mir einen Weg, wenn ich gerade da unbeforscht hab's. Hier ist so wieder so eine Stelle, wo man potenziell sehr oft gesperrt hat. Weil hier ist so gar keine Deppung. Doch hier, Akterschein. Nein. 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 Du Arschloch-Gegner! Warum? Oh Gott! Ja! Na, nehmen wir mal das mal gucken. Ja, da war ich dabei. Scheiß, meine Taschenlampe anderen ausschaltet. Das kann Knöpfe bedienen. So. So macht man das nämlich. Immer auf die Taschenlampe schießen. Was? Das war's schon? Hallo? Hallo? Boah, die wollen mich doch verarschen. Richtig fett verarschen. Ich glaube, das ist so ziemlich das Schlechteste, äh, von Skill her, Let's Play, was es von Battlefield 3 gibt. Ja, das hat doch schon mal gesagt. Wir nehmen uns jetzt nie Waffe, wenn die schon wieder leer ist. Nein, nein, noch nicht. Ich hörte, sie wären zu dritt. Blödsinn! Kann ich sein! Wie sollen drei Männer das schaffen? Tja! Stop! Ach ja! Iman, wir schauen uns mal die HBG! Nein, gibt's nicht. Wex. uphold 1 2 1 1 Vielen Dank.